Und herzlich Willkommen zu Kingdoms of Amalur mit dem alten Mann von den Schlaftabletten und wir werden jetzt das tun, was wir am meisten tun. Wir werden Geschichten nicht enden lassen. Ich leg sie noch auf. Das war das letzte Mal. Na, Ziegenbock, Kopf, Horn, Schafskopf, Mann, Vieh, Tier. Der fällt freiwillig um, weil er... Ja, das funktioniert gut. Die bekommen auch was entzogen, wenn sie mich berühren. Eventuell. Die Wahrscheinlichkeit besteht. Das habe ich doch geskillt, glaube ich. Ja, das ist gut. Glutauken, 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 Glutauken. Ich muss hier diesen... Welchen Weg muss ich folgen? Wo bin ich denn überhaupt? Verkehrt. Diesem Wege muss ich folgen. Kamerad, dreh dich doch endlich mal. Ja, ich habe den schwarzen Kursch gesehen. Ich lasse ihn jetzt mal links liegen. Ich stecke mich hier. Ah, Kisten. Ah, Kisten. Ah, Truhe. Dietrich. Hallo. Hallo Dietrich, wie geht's dir? Oh. Oh, der Tachanin fertig gemacht. Der ist total kaputt. Der auch nicht. Prismere-Schakrams? Prismere-Schakrams? Inventar? Waffen? Sekundär? Primitriwe. Hm, Primitriwe. Ich habe ja die Katalepsis. Wo ich immer auf den ersten Blick Katalpenis lese. Jetzt habe ich es gesagt. Wo ist denn der Hauptmann? Hey. Na, du Penner. Ich komme gleich zu dir. Ich sollte mir das aufheben, weil... Wo ist er? Ja, los, Zauber, komm. Lad dich auf. Entschuldigung. Kannst ruhig Danke sagen. Ja, du freust dich. Du warst der Held. Ja, ich weiß. Jetzt komm alleine, klar. So. Sehr leicht. Ich habe gar nicht so doll gedreht. Ich habe gar nicht mehr gedreht. Ja, in die Richtung. Ah, wir haben ja ein paar Dietrische. Fruchtsuppenrüstung. Lässt du den Hauptmann heilen? Den brauche ich noch. Oh, hier liegt was. Gold. Ah, halt. Blüt Arsch. Was fällt dir denn überhaupt ein? Hört zu. Ich kämpfe hart für mein Geld. Und wenn ich nicht ordnungsgemäß bezahlt werde, suche ich mir eine andere Anstellung. Oder lass mich abschlachten. Wenn das Neumondlager unsere Hilfe will, sollen sie entweder bezahlen oder uns helfen, über den Pass zu kommen. Ich habe so das Gefühl, dass die Alpha vor uns genügend Arbeit und Geld haben. Wenn ihr die Tuatha-Wachtürme zwischen hier und dem Schattenpass ausschaltet, können wir Hauptmann kann, wenn noch ein wenig unserer Zeit widmen. Was haltet ihr davon? An euren Händen klickt Blut. Was muss ich tun? Aber 66% ist nicht viel. Ich bezahle euch die 5000 Gold. Hm, könnte ich auch machen. Könnte ich auch machen. Könnte ich auch machen. Es ist ja nur eine Nebenquest, ne? Ich mach das mal. Arschloch! Ach, dann nichts wie los zum Neumond-Hügel. Na los. Wiedersehen. Ach, da können wir, können wir da hin. Da müssen wir, glaube ich. Äh, ich kann cheaten. Äh, ich find das wieder nicht. Ich krieg das wieder nicht hin. Jetzt. Bin er da? Bin er? Bin ich eher da? Bin ich eher da? Bin ich eher da? Kiste. Wo ist denn da? Hauptmann. Hauptmann. Ach, da. Hallo? Danke, dass ihr das Neumond-Lager wiederhergestellt und uns geholfen habt, die Tuata zurückzuschlagen. Nun liegt noch eine letzte Herausforderung vor uns. Ich bin keine große Anführerin. Ich kann meinen Soldaten nicht die Inspiration vermitteln, die sie brauchen. Aber der Belagerungsbrecher kann es. Sprech zu ihnen. Motiviert sie zu Großtaten. Dann überleben wir das alles vielleicht. Ich soll eine Motivationsrede halten? Ihr habt eine Rede erwähnt? Ja. Wenn ihr zu den Truppen sprechen könntet, würde es das Feuer wieder entfachen, das tief in ihren Herzen immer noch brennt. Sie vertrauen euch, Held. Führt sie an. Wiedersehen. Und jetzt? Muss ich jetzt nicht... Wie konnte ich nur so dumm sein und mich einfach entführen lassen? Ich werde hier gebraucht. Wiedersehen. Hier, hier. Ach, du Scheiße. Was ist... Jetzt. Heute wird abgerechnet. Das ist gut. Und das Böse erhebt sich? Aber wir sind zum Siegen, verdammt. Wir kämpfen für Kanven. Den letzten Angriff zurückschlagen. Wo ist der? Ich will schlagen. Was? Ah! Dickies. Und Denise. Wie geht es euch? Ich habe schon wieder das Fragezeichen. Ah, ich habe jetzt nichts gesehen. Der ist gleich weg. Wo bin ich jetzt? Ach, da bin ich. Da ist noch einer. Der Zauberer näher. Wo ist er? Komm mal her. Komm mal. Komm mal. Komm mal. Komm mal. So. Jetzt erzähl mal, was das soll. Du Oberherrin. Geh. Seid ihr alle tot? Gut. Das ist schön. Was ist? Nix. Meins. Was ist hier drin? Meins. Warum leuchtet die immer alle so? So. Gold. Stufenaufstieg. Ja, dann wollen wir mal gucken. Schmiedekunst. Fehlt mir nur noch einer. Dann machen wir die jetzt erst mal. Huch. Mit X bestätigen. Macht. Raffinesse. Was kann ich denn noch bei Raffinesse Sinnvolles tun? Ich mache nichts mit Dolchen. Warum, warum verändert sich da meine Stimme so? Was soll dies? Das kann ich alles noch nicht tut und tun. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe auch nicht nachgeguckt. Ich weiß. Aber hier können wir noch einen höher gehen. Und. Gefällige Gifte, die vorsichtig auf alle deine Klingenwaffen und Pfeilspitzen aufgetragen werden. Gegner zu schwächen. So. Und dann machen wir noch bei Zauberkraft. Nicht. Ich meinte das. Ich weiß nicht, wie das geht. Mischung aus A-Kern-Talent mit Schampp. Ja. Chakrams. Die Chakrams. Das ist doch gut. Achso. Ich muss X drücken. Ich muss nochmal X drücken. So. Wie geht es euch? Gut. Hast du mir noch Loot gelassen? Nein. Du Schwein. Ähm. Ich hatte hier noch meiner Meinung was gesehen. Meiner Meinung nach. Das da hinten. Hallo? Ja doch. Äh. Wir sind hier nicht bei Mad Max. Nochmal eins hier aber. Da ist die Dame mit dem Pfeil. Aber da ist was, was ablenkt. Ich kann euch nicht genug danken. Mögen eure Reisen sicher sein. Und vergesst nicht. Im Neumondlager trefft ihr immer auf Freunde. Ja, danke. Danke. Dann haben wir das ja schon mal erledigt mit dem Neumondlager-Quest. Haben wir denn hier noch welche? Bolgan Fluch? Fluch? Ja. Das machen wir dann auch noch. Ich will jetzt bloß mal mein Inventar durchsortieren. Guckt euch das mal an. Wer will denn sowas noch? Weg, 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 weg. Halt. Hm. Hm. Ach, ich brauch das nicht alles. Oh, guckt mal. Zepter, zepter, zepter. Nehm. Nehm. So. Ich bin da knallhart. Ich nehm die sowieso kaum. Die ist grün. Grün steht mir nicht. Entschuldigung. Das war ein Hustel. Leer. So. Hm. Halt nicht verlassen. Gegenstände. Ich werde mal eine Runde durchreparieren. So, da. Ich habe ja ordentlich Reparatur-Kits gekauft. Das geht alles noch. So, das reicht dann. Äh. Dann müssen, da haben wir Bolke ans Fluch. Genau. Dann gucken wir mal. Da müssen wir da hin. Da muss ich sowieso laufen. Äh. Händler meines Vertrauens. Weil ich ihm so sehr vertraue. Halt. Halt. Händler, wo bist du? Da. Ah, Kiste. Ich habe vergessen. Ich weiß nicht. Oh, siehst du? Hat er was reingelegt. Ihr sucht ein Schmuckstück oder eine Gemme? Ich wollte ein bisschen was verkaufen. Hast du noch schöne Sachen? Es gab irgendwo, ich glaube, das war ein Rad hier. Bessere Rüstung, ne? Aber die war teurer. Ein andermal. Das war irgendwas mit 600.000. Hast du noch irgendwas Interessantes? Äh. X. Y. Nö. Kommt bald wieder. Soll ich da mal hingucken? Vielleicht, weil ich ja jetzt das Ding getrunken hab? Äh. Äh. Ich will nur mal schauen. Schnell reise. Geht ja fix. In der Prüdorie gab's das, glaube ich. Äh. Nicht. Wir sind nicht bei Mad Max. Ich tue es immer wieder. Das Angebot ist heute wirklich gut. Ich tue es trotzdem immer wieder. Warst du das? Meine Harpie von einer Frau und 100 Schafe klingen. Keine gute... Ja, die kostet tatsächlich etwas weniger. Ich hab zwar nicht so viel. Ich hab aber 322, ne? Warte noch mal. Stolz ist gut. Und warum auch nicht? So wollte ich machen. Man kann ja hier vergleichen. Meins ist sogar schon besser. Die Armee von Alpha hatte reichlich davon. Kein Pomp und keine Rüschen. Auf Wiedersehen. Ich bin auf deinen Scheiß nicht mehr angewiesen. Ha, 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 ha. Ich hab was Besseres. Oh, ich muss gleich niesen. Geil. Nach dem Niesen muss ich immer viel husten. Augenblick, 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 Augenblick. Kommt der? Kommt der? Kommt der? Er kam. Also der Nieser. Na, das war die... Oh, jetzt fangen wir die Augen an zu drehen. Erkältet sein. Das ist scheiße. Auch deswegen. So, Prost. Vor allen Dingen kommt das Guste immer nachts, wenn ich schlafen will. Jetzt hab ich ja was dagegen. Ich bin ja dummerweise da krank geworden, wo das Jahr endete. Dann war der Freitag, war der Erste. Dann war Wochenende. So einen Notdienst wollte ich nicht. Der hatte, glaube ich, nach Silvester was anderes zu tun. Und ja, dann hatte ich ja nicht viel. Hier ein bisschen Aspirin. Ein bisschen Tee. Und das musste reichen. Oh, der Nieser war aber heftig. Der zieht durch den ganzen Kopf. Und das half alles nichts so richtig. Dann fing ich... Hab ich die halbe Nacht durchgehustet. Hab dann nur Minuten und vielleicht stundenweise geschlafen. Und dann war Ruhe. So, jetzt hab ich aber genug gesappelt. Also, da rüber. Karte. Karte, 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 Karte. Äh... Blub. Blüsterhöhlen! Einmal umdrehen. Lokale Karte. Dann... Schauen wir mal. Oh, das wird ein großer Bogen. Eigentlich muss ich mich nur immer links halten. Links ist da, wo der Daumen rechts ist. Also, damit ist aber die rechte Hand gemeint. Nur mal zur Erklärung. Zu Verifizierung. Ach, das Lager... Da ist ja noch... Sind ja noch welche! Ihr Feigenschweine! Was tutet ihr hier? Muss ich jetzt nicht verstehen, dass die da noch sind, ne? Ach, du Kacke. Komm mal her! Ich werd hier nicht meinen Abrechnungsmodus für verwenden, aber ich werd noch was anderes tun. Nimm mal Kriegerstärke. Elfi! Ach, das war's schon. Oh, ich hab ja richtig... Könnte mal einen anderen Trank trinken. Das hat beim Erz zum ersten Mal geklappt. Ich fass es nicht. Hatte ich nicht links halten gesagt? Ja, links halten. Und A drücken. Da ist ein geschlossenes Portal. Da komm ich nicht durch. Ach, hallo Freunde. Warum ist das Portal zu? Ich hab doch ne ganz normale Frage gebracht. Und gleich ziehst du dein Schwert. Findest du das gut? Und die will mich ausweiden. Ich hab hier so ein schönes Schild. Guck mal. Das fetzt, ne? Das sieht geil aus! Ah, ich hab euch in die Ecke geflogen. Äh. Dann kümmere ich mich mal um die zetrende Dame hier. Um die oberen. So, dann sind die erstmal weg. Dann kann ich in Ruhe an der Nase rumspielen und hochziehen. Ah, eklig. Ich, ich weiß. Ich mach mal den. Ach. Ein Knocholio. Habt ihr nichts besseres in eurem Portfolio? Oh doch, der hält ein bisschen was aus hier nicht. Hä? Guck mal, ich brauch nur noch einen Schlag. Muss ich nur platzieren. Was? Zeigst du mit dem Finger auf mich? Macht man nicht. Man zeigt nicht mit nackten Fingern auf angezogene Leute. Langbogen des Gemetzels. Waffen. Präzis von dir. Elektrisierender. Habt ihr was besseres? Plunder dürfte auch schon wieder ziemlich voll sein. Aber ich war doch verkaufen. Plunder ist noch nicht voll. Ich sappel nur dumm. Kann ich gut. Oh, was ist denn das? Kann man noch runterhüpfen? Ach, der Korb da. Noch einer übrig? Ach, so'n dicker. So hab ich mich auch angehört. Präzis. Mehrere haben. Ah! Zwei auch noch. Drei! Und ihr denkt, damit kriegt ihr mich klein? Einen hole ich hier. Und er punktet. Oh, ich hab gar nichts getroffen. Ach, das ist ein Schild. Das werd ich. Hab auch eins. Das war genial, ne? Du hast mich in deine Schutzschilddeckung gestürzt. Ja, näher den Kreislauf. Ach so, was machst du denn? Warum machst du das denn nicht? Ach so, das geht ja nicht. Er wehrt sich. So, zum Beispiel. Hab'n Trank. Hab'n Trank? Na, sag' ich doch. Ach, der hat ja nix. Brauch' ich da ja auch nicht drücken. Ne? Wir müssen... Wir müssen... Da lang. Oder? Sieht gut aus. Ah, halt, 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 halt. Da ist auch ein Pfeil. Äh. Um den Dicken kümmere ich mich in der nächsten Folge. Würde ich sagen. Denn, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bleibst du sitzen? Na, besser ist das auch. Und da ist das auch. Also, es geht ja nicht. Aber ich bin... Also, es geht ja nicht. Ich bin...